Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juliane von Münster. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Dozentin an den Paracelsusschulen. Ich möchte Ihnen gerne die Fachausbildung zum Kinderjugend- und Familienberater ein wenig näher vorstellen. Eine völlig aufgelöste Mutter ruft bei Ihnen an und berichtet darüber, dass Ihr neunjähriges Kind wie auch immer an Stichwaffen gekommen ist und nun auch noch in der Schule damit handelt. Das Ganze erfährt die Mutter über die Elternschaft und nicht vom Kind selbst. Das ist ein klassischer Fall für die Kinderjugend- und Familienberatung. Was gibt es Sinnvolleres als einem Kind bzw. Heranwachsenden hilfreich den Weg in ein strukturiertes und geborgenes Leben zu ermöglichen, damit es nicht am Rande unserer Gesellschaft landet? Was nützt die Behandlung des mütterlichen Magenschmerzes, wenn die Ursache des Schmerzes der Mutter durch ein Kind mit Schulverweigerung keine Lösung erfährt? Diese Fachausbildung gibt Ihnen Lösungsansätze und Methoden an die Hand, wie Elternarbeit funktioniert, Schulgespräche ablaufen und Familienkonzepte wieder ins Rollen kommen. Sie erlernen die wesentlichen Elemente der Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie in Theorie und ganz viel Praxis. Die Ausbildungsstruktur ist so gegliedert, dass auch wenn Sie keinen psychologischen oder pädagogischen Hintergrund haben, Sie darin Ihre Erfüllung haben werden. Vorteile dieser Fachausbildung erschließen sich für Heilpraktiker Psychotherapie, Berater, Pädagogen und Erzieher. Hervorragende berufliche Perspektiven bieten sich, da dieses Beratungsangebot besonders von Einrichtungen der Jugend-, Schul- und Sozialarbeit genutzt werden kann. Ich selber betreibe eine Kinder-, Jugend- und Familientherapeutische Praxis mit Schwerpunkt Trauma und als Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin freue ich mich besonders darauf, meine spannenden Fälle aus der Praxis für die Praxis mitzubringen und sie in einem meiner nächsten Seminare zu begrüßen.